Guten Tag, kommen Sie bitte rein. Ich gehe mal vor, wir gehen gleich hier rüber. So, das ist der Wohnbereich, das eine Zentrum der Wohnung. Hier sitzen wir abends, lesen, schauen fern oder haben Gäste. Und das andere ist der Arbeitsbereich. Im Unterschied zu anderen Leuten, die die Wohnung verlassen, wenn sie arbeiten gehen, bleibe ich als Chefsteller in der Wohnung. Und deshalb ist sie auch für mich der Knotenpunkt meines Lebens. Meine Frau hat die Wohnung gefunden vor 23 Jahren. Ich schrieb damals an einem Buch und sie hat die Wohnung gesucht. Ich habe eine Zeit herumgesucht und dann diese Wohnung gefunden. Ich habe sie angesehen und fand sofort, das ist die geeignete Wohnung für uns mit den zwei Bereichen, dem vorderen Bereich für die Familie. Und von diesem vorderen Bereich habe ich diesen Raum für mich genommen mit einem Hobbyschrank für mich, einen kleinen Nähbereich, wenn ich mal dazu komme, und innerhalb der großen Bücherwand dann die Werke meines Mannes, die Werkausgabe, die Taschenbücher, die Originalausgaben in der Mitte, unten die Übersetzungen und die Bücher über meinem Mann und vor dem Fenster mein Arbeitstisch für die täglichen Büroarbeiten, denn wir sind Kleinstunternehmer als freie Schriftsteller. Von der Schreibtischlampe aus den 50er Jahren mag Maria Wellershoff sich nicht trennen. Auch die Bürogeräte von einst haben hier einen Ehrenplatz. Es sind Geschenke der beiden Töchter. Hier sitze ich meistens abends, wenn ich lese. Das hat sich einfach so ergeben. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich dann die Außenwelt im Rücken habe und in den Raum hineinschaue oder eben nur in ein Buch. Die Räume, sehen Sie, gehen hier ineinander über. Hier ist sozusagen der Basisraum für das Leben, Essen und Trinken, und zwar Produktionssphäre und Konsumbereich. Die stabile Holzküche ließ Dieter Wellershoff von Handwerkern aus der Eifel einbauen, als die Familie 1977 hier einzog. So, das ist der lange Flur, der vom Wohnbereich zu meinem Arbeitszimmer führt. Ein langer Gang, wie in einem Fuchsbau, der die beiden Bereiche verbindet, zwischen denen ich hin und her pendle. In den dicken hohen Regalen stehen Sachbücher über Zeit- und Kunstgeschichte, Naturwissenschaften, Psychologie und Kriminologie. Die Bibliothek ist die Schatzkammer des Schriftstellers, sagt Dieter Wellershoff, ein Bergwerk der Gedanken. In diesem Raum verbringe ich einen großen Teil meines Lebens. Es ist die Sicherheitszelle der Imagination. Beim Schaden darf natürlich niemand einem über die Schulter gucken. Man muss mit sich allein, mit seiner Sache allein sein. Aber der Raum hat natürlich auch Fenster. Wir haben diese Fenster einbrechen lassen. Und draußen schienen jetzt die Pappeln. Sie sind sozusagen das Zeichen der Jahreszeiten und der vergehenden Zeit um ein Fenster. Ich schlafe auch in diesem Raum. Und manchmal ist es so, dass ich auch schlaflos bin und noch weiter arbeite. Dann sehe ich in den Fenstern der Nachbarhäuser hier und da ein Licht. Da ist dann noch jemand wach. Ich bin nicht alleine wach. Das ist ein kameradschaftliches Gefühl. Hier liegt jetzt das Manuskript meines letzten Romans, der demnächst erscheint. Der ist noch mit einer normalen Schadmaschine geschrieben und mit Hand. Korrekturen sind mit Hand. Aber hier steht schon die neue Technik. Ich gewöhne mich jetzt daran. Ich will es jedenfalls versuchen. Beim Schreiben, sagt Dieter Wellershoff, entstehe eine Bühne des menschlichen Lebens, auf der sich alles Vorstellbare entwickeln kann. Hier sei alles möglich. Der Arbeitsraum ist für den Schriftsteller ein Schutzort, an dem er im Verborgenen arbeiten kann. Hat er die Tür hinter sich geschlossen, schwindet der Einfluss der Außenwelt. Untertitelung des ZDF, 2020